In Englisch haben wir eine Song über die Frauen und die Männer und was man von einem Mann erwartet und was man von einem Mann erwartet und was man von einem Mann erwartet. Also wir haben mal aus der Sicht so der Frau irgendwie, ja, oder aus beider Sicht das Thema behandelt und viel Spaß damit. Der Song heißt »Wie jetzt?« »Ich werde nur feiern gehen, mach nur nicht so lang, tritt wieder nicht so viel, denn spät wird ruf an, sei öfter mal sensibel und hör mir dann auch nicht.« »Greifen aber bitte eine Kopie und auch mal richtig tausend tätig.« »Erwort macht immer sexy, also arbeite viel.« »Mach aber bitte immer Zeit für mich, denn ich es glaub, Lodo will.« »Ja, okay, fassen wir noch mal zusammen.« »Du weibst mir an, schau mal schön, ich bin in dir, in den Rollen, hörst du auf was, wie wir wollen, gar nicht so lang, aber auch ein bisschen mauer.« »Wie jetzt genau?« »Wie jetzt genau?« »Wie nicht wild und spontan?« »Denk am besten nicht nach.« »Noch heute Abend stehen.« »Weil ich liebe die Egelhaar.« »Ich glaub, dass du mir jetzt Zeit, mit dem ich da gerade schreibst.« »Ja, ich wär mir auch glaubt, dass du geheimnisvoll bleibst.« »Okay, ich fassen wir noch mal zusammen.« »Du weißt so, was ich war schon, wie wir jetzt in den Rollen.« »Alles sind der Rasse, wir wollen auch gar nicht so lang.« »Ich soll also langsam, aber auch ein bisschen Frau.« »Wie jetzt genau?« »Wie jetzt genau?« »I muss selbst habluküm, ichategie schau mal ein.« »Weil ich mich so hoch und versteck mich so lang.« »Du schichst nicht, ich brauchst du so segments.« »Nein!« »I classic, aber auch... »Nein!« Du wählst ne romantische Mannschaft mit dir, du bist voll, am besten so klasse, wie Monogame, Rallye, soll halt ein Mann sein, aber auch ein bisschen Frau. Du wählst ne romantische Mannschaft mit dir, du bist voll, am besten so klasse, wie die Arme, Rallye, soll halt ein Mann sein, aber auch ein bisschen Frau. Du wählst ne romantische Mannschaft mit dir, du bist voll, am besten so klasse, wie die Arme, Rallye, soll halt ein Mannschaft mit dir, du bist voll, am besten so klasse, wie die Arme.